Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Lana! Hallo! Das werden die letzten zwei Folgen, sollen die wir aufnehmen? Leider... Aber... Es führt kein Weg daran vorbei. Oh Gott! Riesenuklauch! Ah ja, du bist ja irgendwo gewesen. Hast du schon vergessen? Biss ja off, wieder on. Entschuldigung! Falsch! Nun gut, meine Schwester wird jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen reden. Ja. Statt spielen, weil irgendwie wurde sie weggespawnt. Aber... Ich muss dir was sagen. Ah, Rekki, ja? Darf ich dir sagen? Ja. Ich bin gestorben. Wirk? Mhm. Okay, aber du bist ja wieder bei uns gespawnt. Ja, ich bin bei uns gespawnt. Aber ich bin gestorben, hab alles verloren. Naja. Auch die Eisenrüstung. Ist doch jetzt egal. Auch wenn, weil der nächste ist ja eh der letzte Part. Muss ich jetzt keine Eisen mehr haben? Nö. Okay. Was mach ich für den letzten Part? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht. Ich hab schon eine Idee. Ich weiß nicht. Oah, Eisen, 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 Eisen. Für sie nicht. Eisen sollen... scheiße. Boah, ehrlich, ich hab so keinen Bock zu meinen. Hier die letzten Parts sind nur noch meinen. Ja, wir tun aber nur heute mal. Ich hab alles verloren. Auch deine Schere. Wo ist meine Brüder? Wo mein ganzes Eisen? Na ja, Mann. Ja, ist doch egal. Wann sieht dein Haus blöd aus? Hallo? Wo siehst du? Guck mal! Aber da. Was? Das sieht so blöd aus. Mein Haus sieht stylisch aus. Passt du heute im Bauch, oder? Schaut euch mal ein brilli... Mann, das warst du! Schaut euch mal ein brillantes Haus an. Das sieht cool aus. Nein, das sieht hässlich aus. Mal hier, einmal hier und dann noch einmal drüber. Das sieht so blöd aus. Ich finde sie geil aus. Boah! Iiiiih! Ich bin trotzdem drin. Eine... ... ... Ich... ... ... ... Mann, du tust Stigisbraten! Stigis... Oh! Abgeschmiert! 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 Fuck, jetzt haben die Leute die Achterbahn gesehen! Meine Füße sehen so eklig aus! Meine Füße sehen so eklig aus! Meine Füße sehen so eklig aus! Ich tue wieder Sepplingsbrennen! Ja! Mein Ei! Aua! Hast du was zu essen? Hast du was zu essen? Ich brauche unbedingt was zu essen! Äh... Hier drüben! Du hast schon alles aufgefressen! In meinem Keller habe ich keine Vorräte mehr! Glas! Geh dein Zuckerrohr fressen? Zuckerrohr kann man nicht denken! Ah stimmt! Und mach dir mal Papier! Aua! Was ist? Aua! Jetzt habe ich dich auswesendig geschlagen! Mann! Aua! Ich bin fast tot! Wachzeug! Oh! Ich schau dir noch eins auf den Grinnen! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Ich schau dir noch eins auf die Fritte! Stopp! Ich jage dich! King ohne Sehner! Nein! Nein! Hallo! Hallo! Äh... Du hättest auch rauslaufen können! Nur so als Info! Ich werde dich noch mal umlassen! Weil die hat bestimmt mein ganzes Problem in ihre Truhe da reingetoben! Wo ist die jetzt hin? 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 Da ist nicht sie auch! Hör! Schau dir da ab! Pfff! Ich habe flimmst! Stiiiil! Mua! 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 Stiiil! Mua! 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 jetzt folgt mich aber nicht ohne dich aufnehmen Wow Lex du schau mal du wirst mir die ganze Zeit hier stehen Wow wo bist du jetzt? Ah wo ist meine Maus? Hast du voll in mein Haus geblätscht? Alle Vorbereitungen umsonst Und guck mal hier sieht man den Keller Das ist nicht akzeptabel Das hier war auch eine schöne Idee Aber Jana muss das jetzt umziehen Schau mal hier auch eine schöne Steintreppe Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht Wo bist du? Oh ich hab dich gerade gesehen Ich komm jetzt nicht raus Stopp! 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 Warum brauchst du einfach Holz vor meine Tür? Leute wir machen nur noch Scheiß in diesen letzten Folgen Jetzt kommt der Axtmann und köpft dich Wenn du willst kannst du das Eisenschwert haben wir machen ein Duell Nein ich will kein Duell machen Ich hab ne Eisenschaufel Das ist deine Schaufel Stopp! 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 Willst du mit mir mal schlagen? Du wachst Nein ich bin mit dem Eisenschwert Das Eisenschwert ist unfair Macht voll viel Schaden Hast du wir lassen uns noch mal voll regenerieren Hast du nichts zu fressen? Nein du hast einfach Doch nur meine Zwiebel! Ups! Ich fress jetzt eine Zwiebel Du hast sie gar nicht nötig! Ich hab sie viel innernötig! Ich hab sie viel innernötig! Excusei! Pfff! Weißt was? Ich geb dir dein Eisenschwert Und ich kämpfe nur mit einem Sticky Okay! Nein mit einer Axt! Krieg der Kampfvorbereitung Aber du hast eine Eisenrüstung und ich nicht Ja eben darum hast du eine Aufdachung und bekommst du das Eisenschwert Ja! Und ich kämpfe nur mit ein paar Stickys Hast du ein paar Licht? Ein paar Fackeln? Mhm! Es ist dunkel hier Aber wir kämpfen erst in der nächsten Folge Ja! Doch! Ich muss gut sein! Tschüss! Ich bleib hier oben und warte auf dich! Ich warte auf dich! Ich bewege mich keinen Zentimeter! Kann schlafen gehen! Ich bin nicht da! Ich möchte unbedingt nicht mein Haus bringen! Ja! Ja! Ich kämpfe der Fischchen mit einer Orange in der Hand! Du hast keine Orange! Scheiße! Das hat sich ein Goldschwert! Das bringt nichts! Das hält nicht viel aus! Das geht ganz schnell kaputt, Nico! Ich hab mal einen Schwert! Das ist besser! Jetzt hat er sich noch einen Stein schwer gemacht! Ja! Kampfvorbereitungen, Leute! Ich werde das nicht mehr Größchen erkennen! Yeah! Stopp! Mhm! Du ziehst meinen halben... Ich will immer noch nicht voll! Eben! Ich zieh dir ein halbes Herd ab! Ja! Du hast ja auch eine Eisenrüstung! Ich hab keine Rüstung! Das ist ein bisschen ernst! So Leute! Und den Kampf in den nächsten Part! Tschüssi! Tschüssi! 7